Hallo Leute, weit geht's bei LEDs. Wir brauchen jetzt hier wieder unseren Magnetfreund, um diese Kugel da ins Loch zu zerren. Ich glaube, das von hier... Äh... Nicht so optimal, nicht so optimal. Komm, nochmal. Aha. Das bringt mir soweit nichts. Vielleicht ist es mehr so zum Üben oder so. Weiß es nicht. Naja. Was soll's? Oh. Hier liegt wieder dieses Ding. Perfekt. Nehmen wir alles mit. Gehen dann da hoch. Äh, bitte Feuer. Sehr gut. Oh, alles mitnehmen. Hier diesen Steinen... Ist nichts mehr. Ja gut, ein bisschen was, aber... Okay, da waren jetzt die Kugeln noch da... Wo droppen hier immer LEDs? Ich kann's immer hören, aber mehr auch nicht. Na gut, das sind hier keine Löcher, oder? Nee. Aber hier den Weg freimachen, wär dann halt doch... ...nicht wirklich schlecht. Ich kann jetzt... Da durchgehen. Na, al... Was? Die droppen hier random. Äh, hol sie dir. Wollte schon sagen. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall hier eine Abkürzung. Den Baum noch kurz schütteln. Wir nehmen alles mit. Dass ich irgendwo was übersehen habe und irgendwie so ein... ...roser LED oder so nicht kriegen kann. Äh, nee, das war falsch. Hm. Was mach ich denn jetzt hier? Nicht allzu viel, glaub ich. Da drüben war ja eigentlich auch nix, oder? Ich komme hier nicht weiter. Komme hier nicht weiter. Da drüben war ja echt nix. Ich muss mir nochmal ansehen. Wo ist mein Eisfreund? Nicht da. Gut, machen wir den Melodie, äh, Omega raus. Und machen den Eis-Omega wieder da rein. Das ist interessant und das ist cool. So, zack. Und rüber da. Erstmal hier alles mitnehmen. Hier alles mitnehmen. Doch, hier kann ich ja auch bereits hochgehen. Ich weiss nicht mehr genau, was mir das bringt. Da drüben sind auch Kugeln. Da drüben, da oben bei den Kindern. Aber nochmal, irgendwas muss doch das hier auch bringen. Nee, da kamen nur LEDs raus. Das heisst nur. Das sind sehr gute LEDs. Sehr viele vor allem. So, und zack. Dann gehen wir nochmal da rüber. Ja, ich glaube, es bringt nichts. Aber wir machen es trotzdem nochmal kurz. Wenn wir schon da sind, nehmen wir noch ein paar LEDs mit. Äh, hier genau. So, jetzt gibt es hier wieder doppelte Punktzahl. Yes, wir haben beinahe 700. Da waren hier auch noch Kugeln? Nee, hä? Waren wir hier oben? Wir waren doch da oben, oder? Wir müssen da oben gewesen sein, eigentlich. Hm. Oh mein Gott, wieder solche. Alle kommen mit. Ah, ich kann hier noch weiteres Zeugs entfachen. Da können wir wieder weiter nach oben, oder nach... Nee, eher nach unten, würde ich sagen. Das ist alles kompliziert hier. Was heisst kompliziert? Hier ist einfach sehr viel Zeugs. Natürlich erstmal. Das anzünden. Oh, großer Gott. Yes. Ganz viele Punkte, ganz viele Punkte. Warum treffe ich sie nicht? Solche Zehner, die muss ich mitnehmen. Es tut mir leid. Was? Springt hier einfach random LED und dahinter her. Okay, die Dinger haben wir entzündet, ja? Oh, die gelben. Äh. Das war knapp. Oh, die ganzen gelben LEDs hier. Sind das Schweinchen? Sie sehen aus wie Schweinchen. So, da müsste ich dann irgendwie rüber. Und hier ist... Äh. What? Bin ich jetzt wieder bei den Kindern? Ich bin jetzt halt echt wieder bei den Kindern. Oh Gott, das lag gerade wie Sau. Na ja, kann passieren. Sind sie echt hier bei den Kindern? Hier möchte ich aber nicht sein jetzt. Oh. Hallo, ihr zwei. Auch die nehmen wir mit. Dann können wir weiter da oben durchgehen. Was ist das da für ein riesiges Teil? Hier können wir auch nicht durch. Das Feuer funktioniert eh nicht von hier. Versuchen wir es von da. Hier bitte nach unten fahren. Weiss nicht, ob es nötig ist, aber wer weiss, was wir kriegen könnten. Vielleicht sogar noch ein rosa LED oder so. Natürlich hätte ich die gerne alle. Aber ich habe schon in Welt... Hallo? In Welt 1 zum Fieber sehen. Wie gesagt, vielleicht komme ich irgendwann noch zurück dahin. Ansonsten habe ich es halt verkackt. What? Okay, wir müssen hier irgendwie Platz schaffen. Bloß wie? Äh, ich komme jetzt bereits durch. Ne, ich komme noch nicht durch. Shit. Okay, nochmal bitte. Jetzt komme ich aber durch. Ich hoffe, ich brauche die Kugeln nicht irgendwo. Dann... Ne, nicht du. Ich dachte mir an den Eis-Omega. Da kommen wir rüber. Da kriege ich noch ein bisschen Watt dazu. Wir haben schon über tausend, Leute. Zack. Ich würde die gerne ein bisschen davonjagen, ehrlich gesagt. Geht weg. Ha, ha, ha. War jetzt ein bisschen brutal, aber naja, kann passieren, nicht wahr? So viele Wege, oder ist hier... Da geht es auch noch weiter. Sehen wir hier nichts entgehen lassen, aber wirklich gar nichts. Aha. Aha. Hier stinkt es doch gerade dazu, dass hier irgendwo ein Geheimnis ist. Was sind das für Löcher, wo ich den Stein gerade entfernt habe? Kommt her. Na, komm her. Oh, das war auch knapp. Wir sollten die Steine irgendwo hinpacken, wo sie nicht im Weg sind. Den da weg. Zack. Dann. Den hatten wir schon. Da ist nix, da ist nix. Oh, da war was. Aber was ist das für ein Loch da? Ich weiß es nicht. Erstmal hier. Feuer! Mitnehmen? Natürlich. Komm her. Schon 1100. Na, geht weg. So gut, euch kann ich jetzt nicht gut mitnehmen. Aber doch, es geht. Und wieder Feuer! Das bringt hier vielleicht nichts, aber man weiß nicht. Vielleicht, wenn ich alle Feuer hier entzündet habe, möglicherweise, kriege ich dann wieder so ein rosa LED. Was mir bringt, ich habe keine Ahnung, was das für ein Loch ist, ich habe... Was? Was kann da reingehen? Aber was es mir bringt, null Ahnung. Na schön. Gehen wir mal hier hoch. Aber ich habe da unten noch gar nicht alles gesehen. Fällt mir gerade auf. Moment. Ich war da unten noch nicht überall. Nein. Das finde ich nicht so gut. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ich den richtigen Weg gehe oder den Geheimweg. Versteht ihr? Das sieht mir erst nach dem Geheimweg aus. Aber hier kann ich ja auch noch irgendwas machen. Das würde ich gerne zuerst machen. Oh, was zur... Ganz viele. Da oben ist auch irgendwas. Ja, hier hinten ist dann wieder nichts mehr. Moment, ich versuche mal... Hier sieht es verdächtig aus. Ich versuche einfach mal... Zero. Machen wir bitte Platz für unsere kleinen Melodie. Omega. Hier sieht es doch so verdächtig aus. Ernsthaft. Melodie hier. Und? Nee. Hat nichts gebracht. Gar nichts. Ja gut, dann... Hat das nichts gebracht. Shit. Bin ich ein bisschen enttäuscht. Kleines bisschen. Was ist... Was ist das hier? Halt. Ich kann... Vielleicht kann ich einen Stein darüber nehmen oder so. Nee, ich kann keinen Stein darüber nehmen. Kacke. Ja gut, irgendein komisches Loch, von dem ich nicht weiss, was es mir bringt. Deswegen, ja. Stein. Oh, da ist ein Durchgang. Sehe ich doch. Da kriege ich wieder Energie oder was war's. Ich weiss es nicht. Auf jeden Fall ist da ein Durchgang und hier... Ist ebenfalls ein Durchgang und hier kann ich wieder was entfachen. Bleib dabei. Es wird mir irgendwann mal was bringen. Was? Ah, Fieberlaser mal drei. Ja gut, das nehme ich natürlich mit. Ah, shit. Ich seh dir das. Ich kann gar nicht mehr was tragen. Das sehe ich erst jetzt. Scheiße. Ja gut, dann hauen wir dir wieder ein paar Watt rein. Ähm, paar. Ja, shit. Das war jetzt Verschwendung. Sogar grosse Verschwendung. 203. Ja, ja, hier, nimm. Ich möchte es wachsen lassen. Ja, das war jetzt wirklich Verschwendung hier. Schade. Naja, man kann nicht alles haben. Lass mich mal da reingehen. Oh, böse LEDs. Hier ist ein Loch. Ja. Oh, danke. Alles mitnehmen. Oh, mein Gott, solche. Alles mitnehmen hier. Und gleich kann ich nochmal meinem LED ein bisschen Watt geben. Oh, mein Gott. Seht euch das an. Okay, wir haben wieder das Maximum erreicht. Gut. Es geht ultra schnell hier. Ja, warum ich immer nur dem, ähm, Omega hier Watt gebe, ich weiß es nicht. Ich möchte sehen, was passiert, wenn es groß ist. Versteht ihr? Wir geben ihm über 400. Zack. Okay. Jetzt habe ich auch wieder ein bisschen Platz, um was mitzunehmen. Ist das da? Keine Ahnung. Nee, das wollte ich nicht. Hm. Aha. Hier braucht ich wieder mal Musikvieh. Zuerst nehmen wir das da hinten noch mit. Und dann? Boing. Dankeschön. Oh, wieder was Cooles. Oh, mein Gott, das könnte es wieder lohnen hier. Oh, wie sich das gelohnt hat. Habt ihr das gesehen? Ist ja fantastisch. Du kommst auch noch mir mit, bitte. So. Sackgasse. Oder muss ich jetzt hier? Moment, muss ich jetzt hier cool sein? Oh, mein Gott, ich muss hier cool sein. Ich verstehe. Das hat nicht viel gebracht. Ist das bestimmt von hier hinten irgendwie? Halt, das könnte auch klappen hier. Ah, es war knapp. Nochmal. Yes. So funktioniert das hier also. Ich habe verstanden. Ah. Ah, ich verstehe. Hier. Wollt ihr das Liedchen zählern? Dann wechseln wir wieder aus. Stellen wir uns da hin. Yes. Yes, 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 yes. Der Magnetismus ist stark genug. Oh, Leute, das sind echt geile Rätsel hier. Ernsthaft? Ich feiere das Spiel gerade. Kann ich hier durch? Da will ich noch nicht durch. Was zur Hölle? Wie viele Watt ich hier zusammenkriege? Ist ja unglaublich. Ich muss mehr Batterien finden. Ernsthaft. So, und hier bitte? Die Kugel auch da rein. Ich habe mir irgendwie auch nicht viel gebracht. Jetzt bin ich hier unten. Hm, 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 hm. Das ist alles relativ kompliziert hier. Dann lasse mich mal noch die Kugel hier. Hm, kann ich noch mehr? Hm, ja, nicht allzu viel. Das ist echt gerade ein ziemlich geiles Rätsel. Nochmal hier. Okay, da drüben ist es schon mal. Dann machen wir das Teil dann noch weg da drüben. Okay, von hier klappt es nicht. Wir müssen näher ran, und zwar von hier. Boing! Danke, Kleines. LEDs mitnehmen. Wir brauchen ja auch sehr viel Watt. Ja gut, so viel brauchen wir eigentlich gar nicht, um hier voranzukommen. Übertreiben soll ich es denn auch nicht, ja? Äh, der Stein da. Geh weg. Oh, meine Güte. So viele. Oh shit, das reicht noch nicht, oder? Nee. Ah, doch, ich sehe das Problem. Hier, Magnetismus. Und losgerollt. Hat doch nicht ganz gereicht. Noch einmal. Und das passt. Oh, Leute, das ist ein echt geiles Rätsel hier. Das Spiel ist super. Oh, hier komme ich raus. Ist hier hinten noch irgendwo was versteckt? Nee. Okay, dann haben wir hier diese Höhle gut gemeistert, würde ich sagen. Und wir sind draußen. Cool. Mine. Aha, und jetzt kann ich hier eine Abkürzung schaffen, hoffe ich. Ja, irgendwie schon. Irgendwie nicht. Hm, naja, egal. Wir sollten erstmal noch diese Teile hier entzünden, weil, wie gesagt, vielleicht bringt es mir irgendwann was. Aus, dass ich wieder ultra viele Wattkriege. Bitte das hier auch noch. 200 würde ich hier benötigen. Kein Problem. Haben wir. Machen wir auf. Machen wir auf! Ja, 200 war wirklich viel. Und, ähm, 210. Ja, komm, hier. Wir laden den jetzt komplett auf. Komplett. Äh, wir wachsen in noch eines. Stätigen. Aha. Aha, erforderliche Wattzahl vermindert. Jetzt brauche ich nur noch ein Watt, um Feuer zu machen, vermutlich. Die Anzeige sinkt nun langsam, wenn du LEDs fängst. Ah, auch cool. Die Wattzahl für das Fangen von LEDs ist gestiegen. Herzlichen Glückwunsch. Feuer Omega hat sich zu, zu Meisterversion entwickelt. Oh, geil. Oh, wie es aussieht. Sehr geil. Cool. Cool, 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 coole Sache das. Ja, sollte ich dann ab und zu immer machen. Das ist jetzt ultramächtig. Alles klar, alles klar, alles klar. Hab ich hier noch was übersehen? Ich denke nicht. Gut, Leute, bevor wir weitergehen, würde ich sagen, das war's für heute mit LEDs. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.